Grüß euch. Heute sind wir unterwegs im Maltatal. Wir gehen auf das Verschaunereck. Da sind jetzt gerade die Forststraßen rein. Ein bisschen flach. Und dann sieht man gleich den schönen Osthang. Da geht es dann rauf. Viel Spaß. Und wie ist denn der Verschaun? Mega. Sehr schön. Schönes Wetter. Kommt nicht. So, hinten wäre fein. Faschaunereck. Mega. Ja. 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 Mega! Mega! Das war es so, ich mich schon mal. Wir müssen noch mal wiederholen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Vielen Dank.